Du hast ein Hochvolt PV System und möchtest dich vor dem Blackout schützen? Ich habe ein kleines Weihnachts-Special für meine Kanalmitglieder gemacht und ich zeige euch in diesem Short wie Stromaggregat läuft, Schuko-Schnur rein in den Keller Schuko-Schnur geht auf einen ordentlichen Schaltnetzteil Das wandelt uns die Spannung auf einer perfekten DC-Spannung Und diese DC-Spannung schicken wir rein in den String-Eingang Von unserem Hochvolt PV System Und siehe da, wir sind auf einmal Blackout geschützt und der Blackout kann kommen Du kannst deinen Benzin-Stromaggregatestrom ganz lapidar in dein Hochvolt PV System einspeisen Nähere Details auf dem Video für die Kanalmitglieder auf meinem YouTube-Kanal Mr. Meining Frohe Weihnachten und ein frohes Fest wünscht euch Mr. Meining Wenn ich mir das so anschaue, ist Weihnachten leider bei mir noch immer nicht angekommen Hacken bis zur letzten Sekunde Bis zum nächsten Mal